Es ist einfach eine große Ehre und sehr, sehr bewegend hier mit dabei zu sein und der Herzschlag für die Welt ist wirklich durch und durch zu spüren. Es war gar keine Frage, wir wollten unbedingt dabei sein und jetzt stehen wir hier seit Tagen am Hauptplatz und sind eingetaucht in diese Welle des Herzens. Es ist gar keine Frage, dass man da mitmacht, es ist die größte Sportveranstaltung heuer in Österreich und da muss man unbedingt dabei sein, das wollten wir. Besonders ist es natürlich hier auch die Athleten aus 107 Nationen zu begrüßen und hier auf der Bühne bekommen zu heißen. Ich glaube, dass das vor allem, also was mich betrifft, die Siegerehrungen sind, weil das so wunderschöne Momente sind. ARD Text im Auftrag von Funk